So. Verstehst du doch eh nicht. Das süße kleine Mädchen ist traurig. Es will Mami und Papi nicht verpetzen. Und deshalb muss das süße kleine Mädchen auch bald wieder gehen. Dann lass mich doch in Ruhe. Ich wollte aber nicht. Und dann? Schöner hat mich verskalten. Wer sind Sie von Ihnen sprechen? Nur ein Kind, die wir uns treffen. Echt? Das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir tätet uns heiraten, dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch meinst du? Ja schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja schon.